5, 4 Halt die Strasse Du musst alles vorlesen Nein, muss ich nicht Genau, Herr Ryokan So gehört sich das Wir wollen nur das Beste für die Zuschauer Gut, also ab sofort werden die Dinger wieder vorgelesen Das heißt, weniger Sprachzeit für euch, mehr Sprachzeit für mich Obwohl ich die ganze Zeit sowieso rede Okay, dann machen wir das jetzt Und dann lese ich wieder alles vor Jetzt wirst du die Kowaltmaske übrigens tragen, die du so magst Ja Die sieht dann so hübsch aus Ja, du solltest deine auch aufziehen, falls du sie noch hast Anni, du kannst sie gar nicht mehr tragen Ich habe sie nicht mehr Du kannst sie ja gar nicht mehr tragen Du bist ja schon Magier Übrigens, Sano wird Bogenschütze Ich bin schon zu alt für sowas Habe ich euch schon gesagt Sano wird Bogenschütze und ich werde Schwertkämpfer Das habt ihr so entschieden Beziehungsweise ihr habt entschieden Magier Und Aber wir haben schon Magier Also wird Sano Bogenschütze Und rein hier Los, kommt Rein hier, das hört sich pervers an Ja, Sano So ist halt Ist okay So, ab jetzt Ich muss vorlesen Minenarbeiter 1 Von wann Bald Wirklich? Können wir das machen? Falls wir überleben, können wir alles schaffen Ein Einige ernste Gespräche Aha, aha, aha Ja, es ist wahr Jeder denkt, dass ich ein Kowalt bin Was eine Feststellung Bergmann 1 Das Problem ist, die Mine zu inspizieren Viele Bergleute wohnen in diesem Teil der Mine verletzt oder starben Bevor das Problem außer Kontrolle gerät Müssen wir es in den Griff bekommen Bergmann 2 Ja, du hast recht Aber wann können wir Wen können wir los schicken, um die Mine zu überprüfen? Lass uns doch einfach eine Runde Schere, Stein, Papier spielen Klingt gut Hey, Neuling Komm her Äh, ja Äh, Kowalt sind gleich ohne Auslammler Lass uns ein Spielchen machen Ähm, ja Okay, wir machen eine Runde Schere, Stein, Papier Und wer verliert? Ich Typisch Oh Mist, ich muss Verdammt Hey, Neuling Ein sehr männliches Spiel Ja, auf jeden Fall Hey, Neuling, warum so betrübt? Jedenfalls wünsche ich dir alles Gute und komme lebendig zurück Dankeschön, ich hasse dich auch Okay, bis dann So Ja, jetzt dürfen wir Äh, Timespace 16 machen Ich hoffe, ihr seid bereit dafür Es ist nicht der 16. Timespace Es ist Timespace Level 16 Ja, Timespace Das ist der Nein, es ist der 16. Man sollte sich schon auskennen im Spiel Es ist der Genau, Herr Ryoka Es ist doch der 16. Timespace Super Es ist nicht Es ist wohl Oder hast du noch andere Es ist nicht Seid ihr schon drin? Nein, bin ich nicht Zeid ihr schon drin? Was ist das für Fragen? Du denkst auch Sano, willst du in den Timespace starten Oder soll ich in den Timespace starten? Ja, ich mach schon Start Stopp So, jetzt wird's lustig Alle da? Ja Boah, ist der Timespace riesig Ja, du musst durch Zuerst Ah ja Immer die langsam zuerst Genau Oh lalalala Das wird noch lustig Glaub mir Vertu dich mal hier nicht Da war ein Gegner Egal Betten, ich werde nicht lachen Also es ist doch nicht lustig Jetzt geht's nämlich richtig los Scheiß Labyrinth Jo, dein Bruder ist wieder voll und ganz zugange Man hat es gehört So, wo seid ihr? Hallo? Ich bin hier alleine Ja, dort ist ein kleiner Pfad Es strahlt mysteriöse Energie aus Könnte das ein Ausgang sein? Mist Er ist verschlossen Das Da muss Sag mal, kämpft ihr gerade gegen die Gegner? Kommt in die Gruppe Kommt hier rein In den vorletzten Raum In den vorletzten Raum bist du schon Ja, lass die Gegner in Ruhe Kommt Hi, hi Falsche Richtung, Sanu Wir müssen hier oben erst ein Schenken noch irgendwo hinten Ja, lass die Gegner in Ruhe Wir haben nicht genug Zeit dafür Um die zu machen Ich bin aber halbt Na, ihr könnt ja da beide vorrennen Nein, können wir nicht Komm Wir brauchen dich Du bist stärker von uns Was seid ihr? Ja, im vorletzten Raum Lauf doch einfach geradeaus Du findest uns schon Ach, da bist du ja Ah So, Sanu, kommst du auch Oder willst du jetzt hier noch Stunden sitzen? So, dann lass uns mal Ich hab nur auf unsere Frau gewartet Okay Ach, wie gütig Sonst mussten wir immer auf dich schwaben Genau Was habt ihr gedacht? Leider war es Realität Nein Was habt ihr gedacht? Habt ihr mir nicht zugehört? Nein Wir hören dir grundsätzlich nicht zu Das ist schon Das ist eines der größten Irrtümer der Welt Dass man dir zuhört Doch, eine Person gibt es Hast du gehört? Wer denn? Manchmal Ach, manchmal Die Person, die man gerade gesagt hat Ich schon Okay So, erste Skulptur ist gedrückt Eine fehlt noch Ich renne einmal im Kreis, um den Gegner zu treffen Yay Hurra Sehr sinnvoll Ja, find ich auch Ich bin froh, wenn ich gleich Und dein Kopf war schon wieder im Weg Hey, lass meinen Kopf in Ruhe, ja? Der kann nichts dafür, dass der so ist Ihr habt doch gesagt, ich kann so ruhig abschneiden Nein, ich brauch meinen noch Ich nicht Das glaub ich dir sogar Solange es nur in dem Spiel ist Ja So, das waren alle Gegner hier Jetzt brauch ich eine kurze Pause Ach, ich kann euch auch heilen Nein, kannst du nicht Stimmt, kannst du Mit Taste 5 Taste 5 Bei mir heißt das Fünfter von links Linke Maustaste Doppelklick So, jetzt fehlt uns noch eine Steinskulptur Und dann haben wir den Weg frei Hoffen wir, dass wir es noch in diesem Part schaffen Nicht, dass du mit Sag mal Sag mal zehnmal hinter Nein, da Steinskulptur Steinskulptur Pst Steinskulptur Warum das denn? Das war das zweite Mal Warum soll ich das bitte schön sagen? Nur so Ihr wollt mich doch nur fertig machen, Leute Yeah, mobben Ja, merke ich schon hier Nein, nicht in deinem LP Nein, überhaupt nicht Wenn, ich weiß, wen ich zu Hilfe holen kann Ich hole Scheinspark Ja Ja, und? Ja, mach dich dann fertig Dann seid wir schnell weg Irgendjahr habe ich nie gesehen, was ich bekommen habe Du hast das bekommen? Ja, ich habe die Truhe geöffnet Hm, vielleicht war nichts drinne, deswegen Doch, da muss was drinne gewesen sein Da ist meistens nie was drinne Das ist ja gerade das Doof bei diesen Truhen Oh, Tyler Ich habe schon sehr oft was Gutes rausbekommen Okay Ja gut, ich habe Du spielst es ja schon 50 Stunden Ich habe heute noch nie gespielt Okay Ja, sagen alle, dann sind sie schwanger Oder heißen Sano Können Männer auch schwanger werden? Äh, es gibt einen Mann, der ist schwanger geworden Das hast du, oder? Der war aber früher eine Frau Ah, Mann Okay, äh, den Timespace haben wir auch hinter uns gebracht Wir haben Timespace Level 16 geschafft Und nicht Timespace Nummer 16 Es ist aber Timespace 16 Googelt Nein, es ist tatsächlich nicht Timespace 16 Es fängt jetzt ab 5 an Nein, Timespace, der erste ist Timespace Level 1 Ja So, Level up Yay Und was? Möchtest du deinen Gruppmitgliedern Wieso steigst du dann dauernd 50 Levels? Äh, hä? Er hat das extra so gemacht So, äh Wieso? Wir steigen automatisch ein Level, wenn wir eine Quest geschafft haben Ich frage mich gerade, warum ist denn Level ein 50er hier drin? Hallo? Weil er da zu lustig ist So, wir müssen jetzt wieder zurück nach Nossfil mit Mimi Mentor reden Ich bleib derweilig hier draußen Ja, mach das Auf nach Mimi Mentor Zum Glück haben wir Amulett der Heimkehr Auf jeden Fall auf nach Mimi Mentor, ne? Ja, wohin? In Mimi Mentor rein? Nein, vielleicht zu Nein, nach Ja, oh nein, Malcolm Typisch Kerle Äh, ja, Malcolm Malcolm, Malcolm, Malcolm Ja, und da kommt natürlich wieder irgendwas Geld Geld Benötigt, äh, Schuhe des Abenteuers Bringen sie zu Oh, Malcolm, wo kriege ich denn jetzt Schuhe des Abenteurers her? Äh, Quest Komm, anführe Nee, die musst du kaufen Wollen die mich verarschen? Äh Ich soll für die Geld ausgeben, dann sollen sie mir wenigstens Geld geben Die kriegst du später noch verstärkt zurück, deswegen Ist mir doch egal, ich will sie aber nicht Ja, dann halt nicht Wir sollten langsam mal Beruf erlernen Äh, kannst du noch nicht, da fehlen dir noch zwei Level für Echt? Ja Job Level bin ich aber 20 Echt? Ja, Sanu könntest schon Dann kannst du schon deinen Bogey machen Boah, es ist nicht jetzt, äh, ja, mach, wenn du willst Jetzt hängt sich das Spiel noch auf Oh, cool Aber ich muss, äh, nochmal kurz cutten, Leute Hoff, dass der Rechner wieder nicht abschmiert Bis gleich Bis gleich